Du möchtest garantiert nicht, dass deiner Katze das passiert. Viele Katzenhalter wissen nicht, dass ihre geliebten Vierbeiner durch scheinbar unbedeutende Fehler ihrerseits unsauber werden können. Katzen sind im Allgemeinen sehr saubere Tiere. Es gehört also einiges dazu, dass sie sich gegen das Katzenklo und für den Boden entscheiden. Viele Katzenhalter schieben die Schuld dann auf ihr Tier und schimpfen es aus. Aber die Katze macht dies nicht aus Spaß und auch nicht um dich zu ärgern. Vielleicht bist du ja sogar selbst daran schuld? Machst du die folgenden Fehler, wird deine Katze mit großer Wahrscheinlichkeit unsauber werden. Nummer 1 – Das Katzenstreu Katzen sind nicht nur beim Futter wählerisch. Wenn das Streu nicht ihren Vorlieben entspricht, können sie die Toilette meiden. Manche Katzen bevorzugen Feinkörnigesstreu, während andere Grobkörniges bevorzugen. Experimentiere daher mit verschiedenen Sorten, um die Vorlieben deiner Katze zu ermitteln. Nummer 2 – Sauberkeit Da Katzen reinliche Tiere sind, können sie ein schmutziges Katzenklo absolut nicht ausstehen. Wenn du den Kot und Urin nicht regelmäßig entfernst, wirst du früher oder später eine unsaubere Katze haben. Achte unbedingt darauf, dass es immer frisch ist und du es gegebenenfalls öfter am Tag leerst. Nummer 3 – Zu wenig Toiletten Hast du mehrere Katzen, dann reicht eine Katzentoilette nicht aus. Viele Katzen setzen das große und kleine Geschäft gern in unterschiedlichen Klos ab. Auch teilen einige es nicht gern mit einem Artgenossen. Als Faustregel gilt, dass du immer eine Toilette mehr hast als Katzen. Bei zwei Katzen also drei und so weiter. Nummer 4 – Mentale Bedürfnisse Neben den physischen Bedingungen spielt auch die psychische Gesundheit eine große Rolle. Ein Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten oder der Verlust von Bezugspersonen könnte das Wohlbefinden der Katze erheblich beeinträchtigen. Auch Veränderungen im Umfeld, sei es der Einzug eines neuen Haustiers oder der Umzug in eine neue Wohnung, können Unsicherheit auslösen. Die Folge von Stress, Langeweile und Angst kann Unsauberkeit sein. Sollte deine Katze plötzlich unsauber werden, ist der Gang zum Tierarzt natürlich unerlässlich. Hinter diesen Symptomen kann sich auch ein medizinisches Problem verbergen, was auf jeden Fall behandelt werden sollte. Möchtest du jetzt noch wissen, woran deine Katze erkennt, wer vor ihr steht? Dann schaue dir unbedingt das Video an, welches du jetzt im Bild siehst. Vergiss auch nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst.